Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der REMAX News in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer und sind gut in den Herbst gestartet. Lassen Sie uns jetzt mit unserem ersten Thema beginnen. Die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie die rückläufige Inflation, sinkende Kreditzinsen und die temporäre Gebührenbefreiung, aber auch Gewöhnungseffekte tragen dazu bei, dass der Immobilienmarkt wieder anzieht. Dennoch bleibt die Problematik bestehen, dass selbst junge Gutverdiener durch die KIM-Verordnung häufig keine Kredite bekommen, die sie sich nach ihrer Haushaltsrechnung aber problemlos leisten könnten. Gerade für junge Menschen und Familien wäre es wichtig, in der Berufszeit Eigentum zu schaffen. Jetzt mehr dazu. Mit 47.823 Verbücherungen im ersten Halbjahr 2024 liegt der Immobilienmarkt nach den REMAX Immo-Spiegelanalysen auf dem Niveau der Jahre 2014-2015. Ein Minus von 10.372 Verbücherungen bedeutet minus 17,8% zum Vorjahr und minus 37,6% zum Rekordjahr 2021. Dennoch gehen beim Marktführer REMAX die Anfangen auf der Webseite deutlich nach oben. Und das Grundbuch meldet im Juli und im August mehr Anträge auf Verbücherungen als 2023. Im Juli ein Plus von 10,3% und im hitzegeplagten August immerhin noch eines von 1%. Das wird sich in den Verbücherungszahlen der Folgemonate entsprechend positiv auswirken. Mehr dazu auf remax.at slash presse slash presse Aussendungen. Die richtige Preisfindung ist beim geplanten Immobilienverkauf entscheidend und beeinflusst den Erfolg maßgeblich. Die REMAX-Experten haben Zugriff auf Grundbuchdaten, kennen die verbücherten Kaufvertragsdaten und verfügen über umfassende Erfahrung und Kenntnisse des lokalen Marktes. Mehr dazu jetzt. Eine Daumen-mal-Pi-Schätzung kommt nicht in Frage. Als Nummer 1 am heimischen Immobilienmarkt hat REMAX mehr Datenmaterial und außerdem Zugriff auf die größte Vormarktkundendatenbank mit über 300.000 nachweislich registrierten Suchkunden. Nutzen Sie bis 30. November 2024 die unkomplizierte und bequeme Möglichkeit der kostenlosen Marktwerteinschätzung für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Baugrundstücke bis ca. 1500 Quadratmeter und lassen Sie sich hinsichtlich eines Immobilienverkaufs professionell beraten. Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren auf remax.at. REMAX plant ein kräftiges Wachstum. Das Ziel? Die Zahl der Standorte in Österreich von derzeit 120 auf 150 zu erhöhen. Damit wächst auch der Bedarf an neuen Mitarbeitern. Ob als Franchisenehmer, Immobilienmakler oder Office-Mitarbeiter, in zahlreichen Regionen gibt es spannende Einstiegsmöglichkeiten. Erfahren Sie jetzt mehr dazu. Um dieses Potenzial noch stärker ins Rampenlicht zu rücken, läuft aktuell eine Regouting-Kampagne in den sozialen Medien. Unter dem Motto Quer geht mehr richtet sich die Kampagne an Interessierte mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Die jeweiligen Anforderungen variieren je nach Position. Doch eines ist bei allen Jobs bei REMAX gleich. Kundenorientierung steht an erster Stelle. Egal ob als Büroinhaber, Makler oder im Office. Der Kunde ist bei REMAX stets im Fokus. Ziel ist es, den österreichischen Immobilienmarkt weiter zu revolutionieren. Sie möchten die Stärke der Nummer 1 nutzen, jetzt quer einsteigen oder neu durchstarten bei REMAX. Mehr Infos unter remax.at slash karriere. Das waren Sie, die aktuellen Informationen zum heimischen Immobilienmarkt in dieser Ausgabe der REMAX News. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich natürlich, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, haben Sie einen feinen Herbst und auf Wiedersehen.